Elementenpunkte. Elementenpunkte ist ein Ausdruck aus der Akupunktur. Als Elementenpunkte werden die Akupunkturpunkte bezeichnet, die etwas mit den fünf Elementen zu tun haben. Es gibt dabei Tonisierungspunkte, diese aktivieren, und es gibt Sedierungspunkte, diese beruhigen. Die Elementenpunkte werden auch als Elementarpunkte bezeichnet. Elementenpunkte liegen im Gebiet der Extremitäten, also der Arme und Beine.